Meine Damen und Herren, der Star des Abends, Liberace! Wow! Danke, ich danke Ihnen vielmals. Das ist mein Freund Scott Vossen. Es war unwerfend. Ich liebe es, Leuten Spaß zu bereiten. Endlich allein. Ich habe eine großartige Idee. Wieso arbeitest du nicht für mich? Als weiß ich. Ich brauche einen Vertrauten. Jemand, mit dem ich reden kann. Magst du den Mann überhaupt? Ja, ich mag ihn. Da ist ja schon jemand wach. Ich sage dazu, Palast-Kitsch. Das ist mein Haus bei Carlucci. Er hat hier die Hosen an. Ich möchte alles für dich sein, Scott. Ich will dir Vater, Bruder, Liebhaber sein. Jackie, ich möchte mit Ihnen noch besprechen, wie wir Scott operieren. Ich möchte gern, dass Scott so aussieht. Auferstehe. Wir sehen uns gleich wieder. Ist das das Leben, das du willst? Du bist süß. Du bist sehr süß. Das mag ich. Bitte sei nicht traurig. Ich hasse es, wenn du so ein Gesicht hast. Ich habe ja auch eine Menge dafür bezahlt. Nicht schlecht für so eine alte Schachtel. Oh, Daddy. Entschuldigt vielmals meine legere Garderobe. Wäre ich meine Augen wieder schließen können? Nicht vollständig. Nee. Was für eine Geschichte. Da fehlt ja bloß noch ein Brand im Kinderheim. Da fehlt ja bloß noch ein Brand im Kinderheim. Da fehlt ja bloß noch ein Brand im Kinderheim. Da fehlt ja bloß noch ein Brand im Kinderheim. Vielen Dank.